Oder? Warte, hier vorne? Ich glaube ja. Wenn ich das jetzt richtig anstelle, dann sollten wir die eigentlich bekommen. Sagst du! Ich meine, ich knall hier nicht irgendwelche Nonnen ab. Okay, Moment mal. Die letzte Sicherung ist irgendwo in der Richtung hier. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auch holen sollte. Oh je. Die ist hier vorne. Ich kann das jetzt nur grob abschätzen. Ich weiß eben nicht, ob das der hintere Raum ist oder der Raum. Ja. Okay. Sie müssen das Mädchen finden. Nur über meine Leiche, Leute. Buchstäblich nur über meine Leiche. Ist das dieser Raum dann wahrscheinlich? Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ne, das, was mir eben angezeigt worden ist, ist wahrscheinlich... Ja, hier oben. Das ist die andere Sicherung. Aber an die kommen wir wahrscheinlich etwas leichter. Deswegen. Ab nach drüben. In dem Raum ist die. Bewegen die sich hier nochmal weg oder... Kann ich mich hier bewegen? Dann gehen wir das Ganze mal... Durchdacht an. Das ist die Sicherung. Oh je. Dritte Sicherung. Okay. Bördi hat Victoria verkauft, um sein eigenes Leben zu retten. Ja. Vierte Sicherung fehlt noch. Oh ja, das hört sich gut an. Wie ein... Geht ab wie ein Zäpfchen. Nicht wahr? Okay. Ich habe gerade nur den Radar im Auge. Deswegen bin ich hier mal... riskant vorbeigelaufen. Ja, da haben wir einen. An dem müssen wir auch noch vorbei. Okay, also wenn ich die... Vierte Sicherung habe, dann... Können wir direkt zum Aufzug. Achtung. Okay. Ich muss an dem hier vorbei. Oder eben direkt in Gang nehmen. Was macht der hier? Ich weiß nicht, ob der diesen Raum noch verlässt. Falls nicht, könnte das problematisch sein. Na, hier drüben sind noch welche. Die scheinen aber nicht wirklich ihren Standort zu verlassen. Der hier drüben hat mich eben fast gesehen. Ja, der scheint den Raum nicht zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ich an denen einfach vorbeischleichen kann. Als wir entdeckt werden, müsste ich eben schon wieder... ...die Sicherung von hier holen. Die beiden Sicherungen. Ja, der läuft hier nur entlang. Okay. Dann muss ich überlegen, wie wir vorgehen. Eventuell brauchen wir wirklich einen alternativen Weg. Der steht hier. Oh, nee. Da möchte ich auch nicht unbedingt durchlaufen. Nee. Das sind zu viele. Also dieser Weg hier... ...ist definitiv zu präferieren. Eindeutig. So, ist der hier entlang? Ist der hier noch in dem Raum? Moment mal. Ja. Der scheint den Raum nicht zu verlassen. Ich muss hier wirklich aufpassen. Das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ich meine, Verkleidung haben wir hier auch nicht in der Gegend, oder? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist aber eine... ...sehr gefährliche Position hier. Oha. Schnell, schnell, schnell. Das war eine sehr riskante Aktion von mir. Hat aber funktioniert. Was haben wir hier? Ein Blatt Papier. Ist das eine Route? Ich hab keine Ahnung. Ich hätte vielleicht erst mal... Oh je. Okay, das war riskant. Ich hätte erst mal spielen sollen. Hier sehe ich nur die eine Wache. An dieser sollten wir hoffentlich noch vorbeikommen. Wobei ich ja mein Glück kenne. Sehr schön. Dann hurte ich hier vorbei zur letzten Sicherung. Da vorne sind noch welche. Okay. Einsatzziel verendet. Wir gehen zielstrebig wieder zurück. Jetzt ist nur noch das Problem, dass wir... ...zum Aufzug müssen. Oh. Hier liegt... H.C. Anderson. Ui. Der wird schon geschossen. Okay. Wenn die mich hier hoffentlich nicht sehen... Ja. Wir müssen jetzt durch diese Tür hier. Und da sehe ich schon eine Wache. Ich versuche hier gerade zuzuordnen. Das ist aber die hier. Ja, ich glaube schon. Wir müssen hier durch. Das ist der beste Weg. Okay, der dreht sich wieder um. Das heißt, wir sollten jetzt die Chance ergreifen. Die Gunst der Stunde. Oder des Momentes, wenn man so möchte. Ah, die Tür hier wäre auch etwas versteckt. Ach, geht er durch. Okay. Sehr gut. Das läuft gerade wirklich... Sehr anständig für mich. Formidabel. Also hier ist gerade nur... Okay, mich hat gerade gesehen. Sehr schön. Dann können wir wieder aufstehen. Und... Sicherung. Okay. Achso, Hebel ziehen. Wir können davor mal kurz... Ohne Sicherung. Bei niemandem sollten die Sicherungen durchbrennen. Genau. Stromversorgung wiederherstellen. Ich muss die Sicherungen ersetzen... Und die Stromversorgung des Aufzugs wiederherstellen. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Dann mal los. Okay. Geh dicht in das Licht. Oh nein. Mach schon, wehr dich, Baby. Wehr dich. Hey, warte. Ich bin jetzt aber auch mal dran. Papas Hosenpisser. Oh Mann, du willst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzen... Halt mal, Wade. Wow. Hältst dich für einen harten Kerl? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Komm schon. Lass mich. Okay, ich zeig's dir. Halt's Maul, Schlampe. Ohne ich. Stieß dich am Hinterteil auf. Okay, alle zusammen. Macht was für Schlapsschwanz. Lenni, komm schon. Weißt du was, Wade? Jetzt fängt es. Oh mein Gott. Ich hab Blut an den Händen, Wade. Na, seht ihr das? Dir ist geplatzt wie ne Wassermelone. Hahaha. Lenni. Hä? Ich sag dir was, Lenni. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenni. Gute Arbeit. Tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lenni wirkt etwas retardiert. Oder zurückgeblieben. Feuerachseflasche austauschen. Wade jagen. Jetzt hat er sich also Victoria geschnappt. Ja, da ist es. Okay, für den Fall der Fälle. Moment mal. Wir sehen mal nach. Mhm. Ah, schön. Wade jagen. Wade. Zehn Jahre Killer für die kolumbianischen Kartelle. Und kein einziger Kratzer. Hält sich wahrscheinlich für unverwundbar. Er will den Kampf mit mir. Er soll kriegen, was er will. Ja, den Kampf wird er bekommen. So, was machen wir nun? Wir müssen an denen erstmal vorbeikommen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich hier durch. Es sind auch gerade nur zwei. Schön, dass die beide nur die Wände beobachten. Ach, ey. Ja. So viel dazu. Gleich mal fehlgeschlagen. Moment mal. Dann können wir uns aber hier mal kurz umsehen. Läuft er uns nicht hinterher? Also, wir sind ja eben schon aufgeflogen, aber... Ja, ich bin verschwunden. Der Geist ist auf der Jagd. Na schön. Ja, ich glaube, er hat so langsam die Spur verloren. Messer. Okay, wir müssen in diese Richtung. Ich glaube, er läuft noch hier entlang. Achtung. Ja, hier drüben. Ich hoffe mal, er wird uns nicht mehr finden. Okay, und er dreht sich um. Wir sind sicher. Er hat also die Spur verloren. Dann können wir vielleicht gleich mal den Gang entlang gehen. Ja, und er geht wieder zurück. Auf seinen Posten. Durchschaut, mein Freund. Durchschaut. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Schade. Willst du hier irgendwelche... Schächte oder ähnliches? Ich glaube, nein. Auch wenn ich die mal leicht übersehe. Okay. Wir gehen weiter. Das sollten wir ja schon mal vorbeikommen können. Die schnappen wir uns. Kante. Dann mal ab nach oben. Neuer Versuch. Neues Glück. Wir gehen hier mal zur Seite. Okay. Nein, 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 nein. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich. Da draußen ist niemand. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich. Okay? Okay. Ich würde sagen, wir schleichen ein weiteres Mal vorbei. Die Aufnahme hat eben übrigens ein weiteres Mal versagt. Und die letzten zwei Minuten haben gefehlt. Tragisch, tragisch. In diesen letzten beiden Minuten wurde ich übrigens entdeckt. Und habe den Kontrollpunkt noch einmal geladen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass die Aufnahme anscheinend nach 40 Minuten etwa immer versagt. Das heißt, mit dieser Erkenntnis kann ich jetzt hoffentlich die technischen Probleme vermeiden. War in diesem Fall jetzt nicht wirklich problematisch. Ich habe übrigens im Hintergrund vorhin noch die letzte Aufnahme wiederhergestellt. Daher kann es sein, dass die letzte Aufnahme etwas unflüssig lief. Okay. Ich glaube, wir können uns hier vorbeischleichen. Um es eben als Information angemerkt zu haben. Aber jetzt machen wir mal weiter und widmen uns Hitman Absolution. Was mir bisher sehr viel Spaß macht. Aber ich denke, das merkt man mir auch an. Ich bin hier immer relativ angespannt. Da wurden wir fast gesehen. Genau, hier wurde ich letztes Mal erwischt. Aber dieses Mal stellen wir uns hoffentlich ein wenig besser an. Genau diese Stelle hier ist doch kritisch. Okay, dann warten wir mal ab. Okay. Ja. Ich höre Musik, aber es hat funktioniert. Sehr schön. Genau. Hier können wir doch bestimmt nach unten. Und wir müssen durch diese Tür, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay. Zumindest durch diesen Gang. Wir sind schon relativ weit vorangeschritten. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die beiden nicht gerade in unsere Richtung sehen. Genau. Er hier. Okay, ich glaube, er sieht jetzt wieder in die Richtung hier. Oh je. Das ist durchaus kritisch. Aber es hat funktioniert. Sehr schön. Okay. Sonst noch irgendetwas hier? Ich glaube nicht. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Sehr flink. Sieh mal einer an. Wen haben wir hier? Wade gefunden. Zentralheizung. Das heißt jetzt wohl, dass wir ihn eliminieren müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Kampf abläuft. Okay. Wade eliminieren. Edward Wade. 1,65. 75 groß. 62 Kilo schwer. Söldner arbeitet derzeit für Blake Dexter. Bekannt für seine Scoop-Losigkeit. Schocktaktiken. Überraschungsangriffe. Unberechenbar. Gefährlich. Hab schon Schlimmere getroffen. Nicht wundern. Unser guter Agent 47 liest hier immer diese Beschreibung durch. Deswegen habe ich mal über ihn gesprochen. Die Beschreibung kennen wir ja schon. Okay. Wir müssen Wade eliminieren. Unsere Silver Bella haben wir leider nicht mehr. Aber ich glaube, das schaffen wir auch so. Oh. Wenn ich nicht hängen bleibe. Wo ist der? Ach, da hinten. Okay, dann sehen wir mal. Ich eruiere schon mal, ob wir hier irgendetwas erledigen können. Aha. Ventil drehen. Vielleicht können wir uns ja die Umgebung zu Nutzen machen. Hier können wir durchklettern. Oh, liegt da vorne Victoria. Das Schwein wird bezahlen. Also, sie lebt noch, aber das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir werden sehen, wer hier wehfertig macht. Okay, das sind schon mal seine Schergen. Aber wir umgehen die einfach mal ganz nonchalant. Dafür sind wir ja bekannt. Zumindest manchmal. Manchmal habe ich ja einen Lauf. Ventil drehen. Ich meine, dieser Schalter überhitzt die Heizkessel. Okay. Wir drehen den mal. Victoria. Oh je. Na schön. Das war es wohl mit Wade. Wade eliminiert. Hör auf zu zappeln, du Schlampe. Yo, Wade. Wer ist jetzt der Schlammschwanz, du Arschwurm? Wenn du mich verarschst, mache ich dich fertig. Ich hoffe, du verreckst und hast schön lange dauert, du blöder Wichser. Du mit der Glatze. Hör dich nicht von Flakes, sonst hast du da im Hirn bald eine Kugel. Ja, glaub mir, Wade. Das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder. Verdammter Mistkerl. Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Der retardierte Lenny hat mal wieder zugeschlagen und hat sich Victoria geschnappt. Na schön. Okay. Immerhin, die beiden Waffen haben wir hier entdeckt. Und was ich anmerken möchte, meine Theorie hat sich wohl als falsch bewiesen, denn ich konnte gerade sage und schreibe sechs Minuten aufnehmen, bis die Aufnahme mal wieder versagt hat. Ich weiß auch nicht. Nun gut. Aber ich würde sagen, wir können dann gleich mal weitermachen. Ich würde sagen, wir können dann gleich mal weitermachen. Warten Sie... Oh. 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 I can take you home. In... In the middle of this. See me, Lina. Ja, ja, du bist du schon. Na, der berichtigte Burdi. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Burdi, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Darm ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. So was kann ich gut, Mann. Ach, Burdi. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, hm? Oh! Hey, scheiße! Hey! Ach ja, ein herrlicher Tag. Burdi? Wer ist, äh... Wie war Ihr Name doch noch gleich? Äh... Jade? Wer ist Jade? Fick dich! Aha. Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe diese Söhne. Hier kann ein Mann wirklich alles werden. Vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay, okay, okay. Die alte Söhne... Agency... Schlaf... Aha! Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Lass ihn los. Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden Sie, wenn Sie sie verarschen. Aber wenn ich Ihr Mittelsmann wäre, dann... Verstehen Sie den nicht? Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Burdi. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage nochmal sehe, dann begrabe ich sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich hab ne Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich hab eine Überraschung für alle. Lieber, ich kann auf demows �men. Alles gut, meineisphere. Du kannst es jetzt schauen! Ja. Begins mich, Mann. Willkommen zur Hoffnung. Zum Barmann gelangen, oder besser gesagt, willkommen in dem Ort Hoffnung, Hope und willkommen in South Dakota. Dann sehen wir uns mal um. Ja, das ist ein interessantes Ambiente. Na schön. Ich glaube, mit denen hier können wir nicht sehr viel anfangen. Ich seh mich hier nochmal gerne um. Ist das hier etwa... Ja. Ich warte nur auf meinen Partner. Wir sind in der Stadt von Ausrüstung kauft. Ein Polizist? Privat. Was geht da hinten vor sich? Da können wir auch durch. Ob sich das jetzt schon lohnt, ist eben die Frage. Okay. Aber wir sollen ja zum Barmann gehen. Hebel ziehen. Das sollte eine Reaktion provozieren. Aber welche Reaktion? Hm. So, wenn der Polizist hier steht... Achtung, wir gehen mal aus dem Weg. Ja, dann ziehen wir mal. Was soll der Mist? Und was passiert? Was hast du jetzt gesuchten, Tremder? Ärger! Blödes Arschluss! Ha, 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 ha. Biker-Schworte. Ha, ha, ha. Wer ist hier ne Schworte? So viel zu dem. Na, immerhin ist der ja dratt angezogen. Tja, typisch Kneipenschlägerei. Ich geh mal. Kann ich mal... Was? Au! Was soll das? Naja, ich wollte jetzt nicht unbedingt an der Schlägerei teilnehmen. Aber wenn das sein muss... Und jetzt lass mich bloß in Ruhe. Okay. Ich wollte mich eigentlich nicht einmischen. Jetzt halten die mich ja alle auf. Okay. Moment, das bekommen wir hin. Ein paar Quicktime-Events. Na schön. Wo sind wir denn hier gelandet? Greifen mich jetzt alle an, diese... Ah ja, Biker. Komm. Komm schon. Ah. Jawohl. Ob das jetzt wirklich hilfreich war? Sei mal dahingestellt. Oha. Komm schon. Na, jetzt. Ja. Das war falsch. Ach, hey. Jetzt. Erwischt. Okay. Champion freigeschaltet. Jetzt muss ich mich ja wirklich durch die Bar schlagen. Naja. Das kann ja mal passieren. Ich soll ein unhöfliches Arschloch sein? Ja. Das muss ich nicht. Ja. 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 Ja.